Yeah Leute, es geht natürlich wieder weiter mit Sly 4 und Murray hat einen Auftrag, knapper Vorrat. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen los mit dem Murray, der kam die ganze Zeit hier in dieser Epoche noch gar nicht dran und das muss sich jetzt schleunigst ändern, also nichts wie raus. Oh ja, und das hier ist es übrigens, der ultimative Murray, also das ist sein, wie das aussieht, das ist sein Bonus-Outfit, was man halt freischalten kann, wenn man genügend Slymasken gesammelt hat, also das sieht ja auch ziemlich eigenartig aus, mit einem Nachtsichtgerät und einem Gürtel voller kleiner Taschen, keine Ahnung, was da alles drin sein soll und sonst eben so ein Ganzkörperanzug in blau, aber also ganz ehrlich, naja, mein Geschmack ist das nicht wirklich. Aber jetzt haben wir mal gesehen, wie das aussieht, das ziehen wir aber dann doch lieber wieder aus hier, ne, ultimative Murray ist wieder aus und ich gehe jetzt, wie gesagt, stark davon aus, dass das hier noch für Carmelita ist, wenn ich 40 Slymasken habe, ne, weil das würde irgendwie noch Sinn machen, weil sie jetzt im Moment ja auch wieder fix dabei ist und die anderen zwei Sachen könnten sogar was mit Slice-Stab zu tun haben, dass man dessen Aussehen ändern kann. Aber ich habe jetzt genau die Hälfte einer Masken, habe ich mal gefunden und, äh, ja, das heißt noch lange nicht, dass ich auch eine finden werde, aber ich hoffe es zumindest. So, naja, so gefällt mir der Murray schon viel besser, aber der Brokkoli ist immer noch scheiße, ist weg damit, so. Wo muss ich überhaupt hin? Da hinten, so, knapper Vorrat und das ist ja wirklich was, was zum, zum Murray passt, ne, wenn der, der Nahrungsvorrat knapp wird, dann wieder richtig aggressiv und, äh, was macht er denn da für einen, äh, dieser Gesichtsausdruck, wenn er so an so einer knappen Kante steht? Oh, oh, ich könnte runterfallen, Hilfe, ne, das wirst du schon nicht. Und übrigens, wenn ihr mir das jetzt nicht selber in die Kommentare geschrieben hättet, dann hätte ich es eh wirklich nicht bemerkt, aber wir haben tatsächlich Clockwork schon einmal gesehen, in einer kurzen Cutscene, und zwar in dem Part, wo ich die Wachen belauschen musste. Da gab es eine kurze Zwischensequenz, wo sich zwei von diesen, äh, Robowachen unterhalten haben, von diesen komischen Robowölfen, und dann schwenkte die Kamera so ein bisschen in den Hintergrund, und da hat man dann tatsächlich diesen Glockenturm gesehen, und da saß er tatsächlich oben auf der Turmspitze drauf, Clockwork höchstpersönlich, also so eine ganz finster dreinblickende Eule mit rot leuchtenden Augen, hat sogar kurz mit den Flügeln geschlagen, also ich hätte es wieder einmal nicht bemerkt, ihr schon. Also danke für den Hinweis, also wir haben ihn tatsächlich schon einmal, ja, man hat ihn halt gut gesehen. Aber wo hat der den ganzen Brokkoli, ja, weg damit, Murray, lass das, das ist doch nicht irgendwie, nee, das versaut doch die ganze Stimmung. Und ja, wie gesagt, ich weiß es jetzt mittlerweile eh schon, das ist den Igel, da kennt man ja eigentlich eh schon an den Stacheln am Rücken. Und den kann man richtig schön verdreschen, boom. So, da hat sie noch schon erwischt. Das seht ihr hier, zwei von diesen Typen haben sich halt unterhalten, und da hat man dann im Hintergrund halt kurz mal Clockwork gesehen, das ist so, ja, das ist immer so beiläufig, also ich glaube, die Cooper Gang selber wird gar nicht mal wissen, dass er überhaupt hier existiert, dass er überhaupt da ist. Also, ich meine, da stellt sich natürlich auch die Frage, wie alt ist dieser Typ überhaupt, wie, wie altes Clockwerk? Der ist ja, das ist ja irre, der muss ja mehrere tausend Jahre alt sein, und das ist total gestört. Okay, hört zu. Wir müssen dem schwarzen Ritter einen Tiefschlag versetzen, und dazu müssen wir die Operationen lahmlegen, die er in den Dorfläden durchführen lässt. Murray, zuerst musst du zum Wirtshaus. Aber nicht zum Futtern, Großer. Das Wirtshaus ist jetzt eine Treibstofffabrik für diese Roboterwachen. Geh da rein und tu, was du am besten kannst. Den Laden zerlegen. Dann gehst du, Sly, nochmal zum Schuhmacher. Wir müssen die Maschinen ausschalten, die diese gigantischen Teile produzieren. Zuletzt müsst ihr, Galeth, euch in die Bäckerei schleichen. Meine Messungen zeigen, dass dort die Energie für die anderen Produktionsstätten erzeugt wird. Ihr seid der Einzige, der das oberste Geschoss erreichen kann, wo sich der Generator befinden muss. Wir haben nicht viel Zeit. Also los! Okay, wie Bentley sagt, gemeinsam können wir die ganze Operation lahmlegen. Ja! Los, vermöbeln dir jemanden! Murray, du musst zum Wirtshaus. Ich glaube, diesmal kannst du die Vordertür nehmen. Du meinst, ich darf sie einschlagen? Ich meinte, einfach durchgehen. Ich hab gern Optionen. Murray, du musst das Mischsystem ausschalten. Versuch, diese Fässer lahm zu legen. Verstanden, Kumpel. Der Murray lässt Zerstörung regnen, wie eine Wolke aus Schmerz. Interessante Analogie. Murray, wirf die Wachen in die Fässer. 아h! Der Murray ist ein furchtbarer Zyklon der Zerstörung! Weiter so, Murray! Ja! Nur noch einer, Murray! Hey, das ist die Fitnesstraining! Super, Murray! Geschafft, Murray! Der Murray triumphiert! Sly, du musst zum Schuhmacher zurück! Was immer dort produziert wird, kann nichts Gutes sein! Legen wir den Laden lahm! So gut wie erledigt! Ha! Knochenknoll Knochenknoll Ich empfange ungewöhnlich starke Signale aus den Obergeschossen. Sly, hier wird dir der Bogen bestimmt nützlich sein, aber hüte dich vor diesem Laser. Wenn er dein Seil durchtrennt, während du es benutzt, dann fällst du in diesen Bottich aus glühend heißer Metallschmelze. Ist das schlecht? Manchmal ist dein Humor seltsam, Sly. Begebe dich zu dem Steuerkasten auf der anderen Seite. Dann lege ich diesen Schubladen. Vielleicht erfindet Bentley mal laserfeste Seile. Ich übernehme jetzt Sly. Bis zum nächsten Mal. Super Bentley. Super Bentley. Super Bentley. Super Bentley. Super Bentley. Dieser Laden ist bestimmt raus aus dem Geschäft. Okay, Gellis. Ihr müsst in die Bäckerei. Wenn wir sie lahmlegen, kommen die Operationen des Schwarzen Ritters zum Stillstand. Keine Furcht. Keine Furcht. Ich tilge die Quelle der Plage, die dieses Land quält. Aha. Fangen wir mit der Energiequelle hier an. Gellis. Ihr müsst ein Stockwerk höher, aber ich sehe keinen Aufgang. Seht euch um. Seht euch um. Es muss einen Weg geben. Vertraut mir, Bentley. Okay. Da ist er. Ihr müsst diese drei Hilfsgeneratoren ausschalten, um das Hauptgerät lahm zu legen. Aber Vorsicht. Das System hat bestimmt eine Neustartfunktion. Also müsst ihr alle deaktivieren, bevor das passiert. Genug des müßigen Geschwätzes. Gellis. Zeit für Taten. Oh Mann. Gellis. 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 Wenn ihr die Strahlen kreuzt, startet das System neu. Gellis. 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 Nur noch einer, schnell bevor sie wieder hoch fahren. Gellis. Zeit, dieses Hexenwerk zu beende. Musst. Gellis. Da ist euch später im Rurch würde. Jetzt möchten wir euch erst mal der Hauptkomation bei der L kilos liegen. Bemerkenswert, ihr macht gut, Galen. Wir haben dem Schwarzen Ritter das Geschäft verdorben. Na bitte, das lief doch wie geschmiert, wenn ich das mal so sagen darf. Und gut, dass jetzt mal jeder was zu tun hatte. Also, mein gut, Kamelite zwar nicht, aber die hatte zuerst erst diesen krass geilen Bosskampf gegen diesen dreckhüpfigen Roboter-Drachen. Aber ich fand auch interessant, dass wir nochmal mit Bentley was zu hacken hatten. Das scheint irgendwie die Epoche zu sein, wo wir die meisten Hacker-Minigames haben. So, und in Thiefnik gibt es schon wieder was Neues. Nämlich die Blitzeinschläge für Murray, für 600. Alle Schläge richten Elektroschaden an. Das klingt ja geil. Kräftmaterial 12, das Geräte geht aus, um dieses abgelaufen zu wählen. Und dann haben wir hier noch für 400 Kick it like Bentley. Drücke Quadrat, wenn du vor einer aktivierten Bombe stehst, um sie mit dem Fuß auf ein neues Ziel zu schießen. Wird auch gekauft. So. Aber jetzt geht mir langsam irgendwie wieder das Geld aus. Naja, wenn ich wieder mal Scherze finde, dann gibt es ja wieder ordentlich Geld. Und es ist sogar noch Zeit für einen weiteren Auftrag. Traumatisiertes Herz. Traumatisiertes Herz? Das klingt aber sehr schmerzhaft irgendwie. Aber gut, wenn es denn sein soll, wenn es denn sein muss, dann tun wir das jetzt auch. Für den Part ist auf jeden Fall noch Zeit für dieses traumatisierte Herz. Fragt sich nur, wessen Herz eigentlich damit gemeint ist. Wir werden es jetzt herausfinden. Und los. Also, jo. Dann müssen wir jetzt mal nach da hinten. Und dann schauen wir mal, wessen Herz da jetzt traumatisiert wird. Denn wir rütt. Hoffentlich nicht das von Sly. Aber von dem anderen wäre eigentlich genauso wenig gut. Oder vielleicht das von Sir Gellus. Sir Gellus. Weiß ich doch nicht. Das klingt nur etwas, ja. Das klingt etwas eigenartig. So. Das ist da ganz hinten. Warte mal, da geh ich einfach mal hier über der Zeil. Dann bin ich auch schneller da. Oder what? Ach so. Hier ist das. Okay. Vielleicht begeben wir jetzt ja nochmal dem Schwarzen Ritter. Der ist sicher jetzt mächtig sauer, dass wir seine Produktion haben. Gelegt haben. Deswegen wird er sich bestimmt ganz furchtbar ans Rächen wollen. Irgendwas in der Art wird bestimmt passieren. Schätze ich mal. Aber ich habe irgendwie so ein, ich weiß nicht. Ich habe so ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich habe nämlich irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich weiß, wer da drin steckt. Aber dann kann ich es mir ehrlich gesagt noch viel weniger erklären. Dann ist dieses, die Frage nach dem Warum ist dann noch viel, viel größer. So, du musst mal einen schönen Schatz in deinen Arsch und du bist ein Arsch. Fick dich. Ich wollte dich gerade beklauen, du Mistgeburt. Dann eben nicht. So, nimm das. Baff. Und da hat sie ihn umgehauen. So, kommt davon. Was war das denn schon wieder? Der hätte mich gar nicht sehen dürfen, der Penner. Unfair. So, ein bisschen Energie zurückbekommen. Ich hätte eigentlich ganz gerne volle Energie, wenn ich hier so einen neuen Auftrag starte. Was soll denn das? Ja, aber die geben jetzt alle irgendwie wieder nur Geld. Ah, das war jetzt wieder ziemlich unvorsichtig. Da würden wir immer, wenn wir jemanden aus den Taschen was rausklauen. Und dann drehen die sich in dem Moment um. Und dann sehen die euch. Und dann könnt ihr das mit dem Taschenausraum ja komplett vergessen. Ja, das ist auch ganz interessant, wie jetzt die Ringe für Sergalloth immer blinken. Also man sieht das schön, dass die da so ein bisschen hervorgehoben werden. Dass man sieht, aha, gut, da kann man sich mit ihm und seiner Katapult-Sprung-Technik hoch schießen. Also hoch befördern halt. Also ich müsste zumindest noch eine Slime-Maske da hinten irgendwie nur mit seiner Hilfe bekommen können. Aber das mache ich irgendwann später. Das ist jetzt alles optional. Das ist nicht so wichtig so kommen, weil er keine Zeitverpläne. Aber jetzt machen wir ja mal. Ich kriege irgendwie keine Energie mehr. Darauf geschießen. Ich will den Auftrag jetzt laden. Der schwarze Ritter ist wieder unterwegs, Sly. Du musst an ihm dranbleiben, so lange bis ich dort bin. Klaro. Beeilung, Schlafmütze. Red du nur, aber verliere ihn nicht, Sly. Offenbar sind die Produktionsanlagen ausgefallen. Das muss ich mir ansehen. Mir schwant, dass Cooper etwas damit zu tun hat. Wegen Cooper bekomme ich immer Kopfschmerzen. Er macht mich so wütend. Ich muss ihn endgültig erledigen. Dann finde ich wieder zu mir selbst. Wenn ich die Cooper Gang besiegt habe, stecke ich sie in den Zirkus. Vielleicht schrumpfe ich sogar ihren Van zu einem Clown-Auto ein. Das wäre lustig. Meine Ballonüberwachung hat Störungen. Waren bestimmt wieder die blöden Vögel. Ich muss eine Vogelscheuche erfinden. Mit Raketenwerfer. Bentley, er geht in die Schmiede. Soll ich auch reingehen? Nein, ich übernehme jetzt, Sly. Ich müsste es schaffen, durch die Luke auf dem Dach hineinzukommen. Wir brauchen Antworten. Mist, ich höre überhaupt nichts von hier aus. Ich muss mich näher heranschleichen. Dann kann ich mit meinen Pfeilen die Laserfelder ausschalten. Ich bleibe lieber hier oben im Gebälk. Ich darf nicht gesehen werden. Entscheidungen, Entscheidungen. Verfüttere ich Cooper an den Drachen? Oder mache ich aus ihm ein Kaminfell? Vielleicht verfüttere ich ihn erst an den Drachen und lege mir die Reste vor den Kamin. Ha 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 ha! Ich sollte mir einen Kühlschrank in die Rüstung bauen. Oder einen Getränkekühler. In dem Teil bekomme ich immer so viel Durst. Hm, ein Kühlschrank. Keine schlechte Idee. Ob sowas vielleicht auch an meinen Rollstuhl passt? Blöde Cooper Gang. Sie mögen meine Operation fürs erste Lahm gelegt haben, aber ich lache zuletzt. Meine Burg ist unbezwingbar. Sobald die Operation Hochfürst ausgeführt ist, bin ich nicht mehr aufzuhalten. Operation Hochfürst? Das hört sich gar nicht gut an. Der Beschleuniger-Lasering ist ideal für den Schalter. Bestimmt kann ein Lasering um mehrere Schalter das Problem lösen. Die Rm gegen die Rüfte-Lasering ist ideal für die Rüte. Und den Verfolgung, die Rüte wird nicht gut an den Schalter, losz. Wenn das um nur Stream-Stich, wurde er Somehow in der�pper, Er bin, dass es nicht so vieles Gefühl ist, Wo ist er es nicht so weit? Das ist nicht so weit, als ich, als ich hätte es zugegeben, Sobald die Rüte ist nicht weiter. Mit schüren die Rüte, Es ist ein Torz, findet ein Blasовать. Bingo! Dieser Datenschlüssel dürfte passen! Bingo! Bingo! Ich muss die Wachen mal überholen. Sie haben zu viele Ausfälle. Vielleicht wären Räder besser als Beine. Klingt, als hätte jemand Konstruktionsprobleme. Und wo steckt dieser Mesele-Paradox, wenn man ihn braucht? Schließlich habe ich Bentleys Zeitmaschinenpläne für ihn gestohlen. Endlich! Oh, Penelope, was warst du für eine Narren? Oh nein! Meine Pläne! Das heißt, all das ist meine Schuld? Penelope? Oh bitte, lass es Penelope gut gehen! Ich schwöre beim Panzer meiner Mutter, ich werde dich vernichten, schwarzer Ritter! Zeit für ein Binär-Duell! Zeit für ein Binär-Duell! W worship! Gib's euch! Scheiße! Ja! Ja! Du bist du könntest! Du bist du ein? Du bist bes είpet! Du bist du bist. Okay, die Ionen wird absorbiert. Okay, die Ionen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jedes kleine Ionenbit hilft! Na, Knoten in der Leitung? Komm und hol's dir, du verrücktes Einauge! Verflixt! Eine der Wachen hat überall Öl verschmiert! Gibt es keine guten Hilfskräfte mehr? Ich muss eine Roboterputzfrau erfinden! Haha, da kennt sich wohl jemand nicht mit KI-Programmierung aus! WAH! Wenn diese Koopasache vorbei ist, mache ich Urlaub. Irgendwo, wo es Fruchtcocktails mit diesen kleinen Schirmchen gibt. Irgendwo in den Tropen. Ohne Roboter. Urlaub? Ich werde dafür sorgen, dass dieser Typ schmurschracks ins Kittchen wandert. Diese verdammte Rüstung ist so heiß. Ich brauche frische Luft. Schon besser. In dem Ding kann ich nicht denken. Das ist unmöglich. Das Ding ist fast so muffig wie Bentley. Penelope, aber wieso hat sie... Hätte Bentley nur nicht auf Koopas ehrbarer Diebgewäsch gehört. Wir hätten mit Waffendesign reich werden können. Die zwei brillantesten Köpfe der Welt arbeiten zusammen. Die Welt hätte uns gehört. Aber egal. Sobald Koopa aus dem Weg ist, will er mich verstehen. Armer Bentley. Er ist so süß, wenn er ahnungslos ist. Ich... Ich glaube, mir wird schlecht. Als Bentley zum Unterschlupf kam, zog er sich in seinen Panzer zurück und blieb dort. Keiner konnte es ihm verübeln. Penelope hatte unsere Freundschaft verraten, aber Bentley hatte sie das Herz gebrochen. Ich wusste, dass er sich selbst die Schuld gab, aber er konnte nichts dafür. Wir versuchten abwechselnd ihn rauszulocken, aber vergeblich. Es schien, als müsse Bentley freiwillig wieder zu uns zurückkommen. Leider hatten wir keine Zeit zu warten. Wir hatten einen Schurken zu fangen. Mit oder ohne Bentleys Hilfe. Und diesmal war die Sache persönlich. Oh mein Gott. Ist denn das jetzt echt zu fassen? Der schwarze Ritte war also die ganze Zeit Penelope. Das ist natürlich jetzt eine richtig fett, krass, mega üble Überraschung. Und Bentley ist tatsächlich nicht mehr hier drin. Also, den kann ich jetzt auch gar nicht mehr spielen. Wow. Also, heftig deftig. Obwohl ich ehrlich bin, ich habe es so ein bisschen vermutet, aus ein paar gewissen Gründen. Also, erstens. Diese Epoche hier, das ganze Kapitel, nennt sich von Mäusen und Mechanik. Und Penelope ist ja eine Maus. Zweitens. Man hat auf der Brustplatte, auf dem Brustpanzer von dem Schwarzen Ritter so ein Zeichen gesehen. Was ziemlich ähnlich aussieht wie Penelopes Gesicht. Also, mit diesen langen Mausohren und so. Das hat ihr sehr, sehr ähnlich gesehen. Und dann hat sie sich ja im dritten Teil, in Slide 3, wo wir sie ja zum ersten Mal kennengelernt haben, hat sie sich ja damals als der schwarze Baron verkleidet. Und jetzt ist es der schwarze Ritter, ne? Irgendwie mit der Schwabe Schwarz hat sie es ein bisschen. Und das ist auch wieder eine etwas, ja, zutreffende Ähnlichkeit. So, was gibt es jetzt noch im Thiefnet? Aha. Obwohl er jetzt gar nicht mehr spielbar ist, kann ich noch Zielsuchpfeile für Bentley kaufen. Drücke im Zielkommunikator-Modus R1. Um eine wärmesuchende Pfeile abzuschießen, das klingt aber sehr praktisch, wird gekauft. So, Leute. Und jetzt, ich hoffe, der Part hat es nicht überlänge. Die Ladezeiten schneide ich immer raus. Und, also, im nächsten Part hat es leider wieder ein Auftrag, schweres Ziel. Und ich bin echt gespannt, wie wir das jetzt ohne Bentley überhaupt schaffen sollen, uns einen Plan auszudenken, um Penelope zu besiegen. Wobei natürlich immer noch nicht wirklich wundertprozentig klar ist, warum die das überhaupt gemacht hat. Wie konnte sie sich jemandem wie Le Paradox anschließen und dann uns einfach alle komplett verraten? Das ist, das ist furchtbar. Das ist eine Katastrophe. Na klar, dass Bentley das das Herz gebrochen hat. Jetzt ist auch klar, warum der Auftrag so geheißen hat. Also, ein Schock, den wir erst noch verdauen müssen. Aber, naja, das Spiel geht ja trotzdem weiter. Es muss einfach weitergehen. Wir können jetzt deswegen nicht aufgeben. Wir werden das schon irgendwie schaffen. Also, bis zum nächsten Mal bei Sly 4 ohne Bentley. Macht's gut. Tschüss.